Die Schweiz ist ein Land, das für seine sprachliche Vielfalt bekannt ist. Herr Bachmann, Sie haben die Initiative «No Billand» ins Leben gerufen. Die Initiative fordert, dass es schweizweit nur noch eine Landessprache geben soll. Schon wie das aussieht. Ein klassischer Vollpfosten. Praktisch wäre schon, wenn alle Schweizer Deutsch reden würden. Was ist passiert? Die Schweiz wird einsprachig. Französisch. Französisch? In Zukunft muss man in der ganzen Schweiz französisch reden. Als Bundespolizisten haben wir die Vorwürfe von Funktion. Ich heiße Bornand, ich bin dein neues Kollege. Und mein Name, Le Heinz. Schau, mein Vieux, wenn du willst, dass wir uns verstehen, muss man einen kleinen Schritt machen. Okay? Zudem ist es unsere Aufgabe, den Volksfrieren zu setzen. Das Buch. Le Livre. Rego. Das Buch. 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 Das Buch.